Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Drams und herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Heute widmen wir uns dem Thema Pfeifenfeuerzeug und ich habe euch ein Karibifeuerzeug mitgebracht beziehungsweise möchte es mit euch gemeinsam aufmachen. Ich habe mich für dieses Modell entschieden, ich habe mir dieses Modell gekauft, weil es auf den Bildern einfach unglaublich schön war. Karibi Kenzie Black Nickel, die Umverpackung entspricht jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack, aber das ist ja Gott sei Dank immer Geschmackssache. Das gefällt mir schon besser, eine schlichte Verpackung in Grau, schwarz-grau, Anthrazit gehalten, mit dem Logo von Karibi drauf. Ansonsten ist nichts zu finden. Wir machen auf. Hier finden wir ein kleines Heftchen, was vom Design wieder an die Umverpackung angelehnt ist. Das Wort ist Kiribi, hier also nun die Geschichte, für was dieses Wort im Japanischen steht. Und was für mich im Moment interessanter ist, ist die Garantie. Die Geschichte werde ich mir ein anderes Mal durchlesen. Hier steht also, wir haben zwei Jahre Garantie vom Datum des Kaufens. Hier noch die Instruktionen, wie es anzuzünden ist, wie man die Flamme einstellen kann, wie man den Feuerstein wechseln kann und zur Pflege. Okay, Refilling Instructions, also Anleitung zum Wiederbefüllen. Auch das ist wichtig. Wunderbar. Okay, gut. So viel zum kleinen Beutzettel. Lasst uns das Feuerzeug an und für sich mal rausholen. Was hier gleich auffällt, dieses Schaumstoff ist nicht ganz so schön ausgeschnitten. Wir sehen hier kleine Schnittstellen. Aber irgendwo habe ich es gelesen, das Teil ist zu 100% in Japan per Hand gefertigt worden. Vielleicht auch dieser Karton, beziehungsweise die Einlage, wer weiß. Irgendwo habe ich es gelesen. Macht nichts. Okay. Wir befreien das Feuerzeug aus dem Zellophan. Und hier ist es nun also das Kiribikenzi. Oder Kenji. Ich weiß nicht, wie es auf Japanisch richtig heißt. Sehr schönes Feuerzeug, wie ich finde. Hier unten sehen wir den Namen nochmal. Made in Japan. Hier unten können wir also das Gas einfüllen. Und daneben befindet sich die Verstellschraube, um die Flamme einzustellen. Was hat mir so gut gefallen? Zum einen hier oben diese, ja ich möchte fast sagen, freiliegende Mechanik. Und die ganze Optik, das ganze Design gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe im Vorfeld bereits schon Gas eingefüllt. Und ich muss sagen, mit Handschuhen ist das kein Problem. Ohne Handschuhe, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht, ob ich mich für dieses Grau, sie nennen es Nickel, bei Xica zum Beispiel, würde das in die Richtung Gun Metal gehen, ob ich mich nochmal dafür entscheiden würde. Denn man sieht wirklich jeden Kratzer auf dem Feuerzeug. Die wichtigste Angabe in meinen Augen ist die Füllmenge. Hier passen, ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, zwischen 2,8 und 3 Gramm Gas rein. Das war für mich ausschlaggebend, denn in ein klassisches Oldboy passen 3,3 Gramm. Also hier ist der Unterschied nicht so groß. Genug gequatscht. Wir entzünden gemeinsam. Mit einem Mal ist die Flamme da, so wie es sein soll. Wunderbar. Schöne, stabile Flamme. Eignet sich natürlich super, um die Pfeife damit anzuzünden. Herrlich. Machen wir wieder zu. So viel zu meinem japanischen Feuerzeug. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Schreibt mir was nettes in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.